Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest mit dem Victor of Games, dem Hanni. Servus, Leute. Und meiner Wenigkeit, der Auswillen. So, wir haben ein riesen Problem. Wir haben Hunger ohne Ende. Also müssen wir uns jetzt erstmal irgendwie drum kümmern. Auch ich hab' noch zwei Sticker. Aber ich hab' wirklich nichts zum Braten mit. Ich hab' noch nen Kopf. Warte mal, hab ich's kritisch? Ach, ne, hab ich nicht. Gut. Ähm, ja, mein Vorderzeug geht kaum noch an. So, ähm, dann hau' ich mir jetzt erstens ins Snickers rein. Und eine Limo hab' ich noch. Ja, dann machen wir noch ein bisschen mit der Limo. Auf jeden Fall, haben wir ja gesagt, wir machen eine Special-Folge. Diese wird aber jetzt die nächsten paar Tage erst mal noch nicht stattfinden. Wollte ich euch nur mal so sagen. Dann, das machen wir noch auf einer Rundenzahl. Also, ne, also wenn wir irgendwie Folge 50 haben oder so, ähm, werden wir dann dort machen. So, hier können wir noch ein Seilchen mitnehmen. Und, ähm, ja, was ist denn jetzt unser Plan? Plan? Wir waren auf der Suche letztens nach dem Topf, aber wir sind voll in die falsche Richtung gelaufen. Also, ich sag' mal, ich hab' dich eher in die falsche Richtung geführt. Und, ja, wie sieht's aus, wollen wir zurück zur Bude? Ja, ich würd' sagen, weil, also ich hab' eigentlich so gut wie gar nix mit dabei. Ich muss erst mal was essen. Und dann lassen wir erst mal das schöne Häuschen hier zurück mit unserer Ausbuung. Und dann hast du nicht gesehen. Dann gehen wir unten an Klippen, oder? Na, dann müssen wir aber, äh, genau beschwimmen, oder? Das ist ja mir jetzt gerade auch ein bisschen sicherer, jetzt gerade durch die Nacht da hier rumzustreifen und diese ganzen Verrückten. Ja. Wie meinen. So, warte mal, ich muss schnell mal was trinken. So. Und dann hauen wir uns den Riegel noch rein und dann sieht's halbwegs gut aus. Damit sollten wir eigentlich, ähm, irgendwie, ach so, über irgendeine Welle. Ähm, damit sollten wir uns eigentlich gut nach Hause kommen. Minster, ich seh' nichts. Also ich hoff's. Ja, das ist, wenn du immer in ner Welle verschwindest. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. So. Und ich schwimm, 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 wie ein Boot, das nur so schwimmt. Schwimmt, schwimmt. Lalalalalala. 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 Lalalala. Alter, was sind die hier oben? Alter, es sind ein paar Geräusche, das ist echt Wahnsinn. Welche Geräusche? Bei mir schreit die ganze Zeit immer. Lalalalalala. Hast du Bauchschmerzen von diesen ganzen Feiertags gegessen? Ja. Na ja, gut, jetzt ist Weihnachten wieder rum und... Kann man schon mal machen, einmal im Jahr. Ohööööö. Ohöö. Und sonst ist alles fit,IR di? dann hier? Läuft. ich blöd mit der nahrung mein magen ist wieder leer ja das scheint auch so wirklich dass das jetzt durch diesen patch durch den 0,30 patch oder was auch immer das ist jetzt schneller unsere nahrung verlieren also tätigungsgefühl oder keine ahnung was auch immer man müsste halt irgendwie was mitnehmen können bleich in einem rucksack oder irgend sowas das wäre nicht schlecht ja das stimmt kommt man hier denn schon irgendwie hoch hier könnten wir hochkommen hier kommt man hoch und dann gasen wir hier mal schnell wieder zurück und es ist kalt ja 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 ich ressource ach guck mal da sind wir ja schon fast zu hause hey noch mal ein kleines stück schwimmen ganz ungewohnt aus weil jetzt die bäume wieder hier stehen ja das wort der botanik meister oh hallo wir haben einen und eine hallo woher schreien die immer so rum keine ahnung können die nicht mal klingeln ich meine die können uns doch auch mal leise überraschend ne lass mich doch mal rein hier scheiß Tür ich kann hier absolut nichts essen ich hab gerade was gegessen oder ist das andere noch frisch ich könnte ganz normal wenn ich hier hingehe also hier kann ich ganz normal essen Ruhe da draußen Ruhe Störung naja da steht mitten vorder Tür ich kann gar nichts weil mir steht noch nicht mein E da und wenn ich auch E drückt kann er nichts essen ah jetzt jetzt oder bin mir lange geladen so ich komm mal mit zu dir rein äh lass mich rein ist der da draußen noch los hier sag mal feiern die schon Silvester Sicherheitshalber mal schnell gespeichert oh wie du du okay das Mann hier zu ja ja ah ich komme immer auf den Bogen Mensch das ist streblich durch was ist denn so ich will mal wieder ein bissel was bauen so ich hab 5 Pfeile hast du für feiner ja ich hab fünf feine durch den blöckmann der kopfbombe funken und von hallo kann man wohl jetzt nicht anzünden da ich wohin ganz hinten läuft doch bei der fahne ach nee das ist ein ast scheiße hier drüben ist er rechts am baum oder ist das unsere lampe hast du dann eine lampe ich hab doch überall lampen aufgestellt oh ich hab da wir sind hier voll umzingelt oh mein gott oh ich muss rein ins haushilfe hilfe hilfe ja ja ich hab drei landen habe ich draußen angestellt überall verrückte neben dir steht auch einer war und die sind alle eingefroren naja gut sparen wir uns die feile komm her ich habe wieder mal ein bisschen neues zeug geplatzt hier ja unsere base wieder ein bisschen verstärkt wo habe ich denn jetzt das ganze bauarzt her, hör mal, wie habe ich denn davon noch? elf stück damit machen wir unsere achse ein bisschen geschmeidiger und klack klack so äh warte mal der mensch was wollte ich denn jetzt machen? ah Inventarüberprüfung genauer also Medizin haben wir ja echt genug ich habe insgesamt 14 Medizin bei mir ich hab zwei ähm ah ne ich habe hier noch acht stück normale Medizin ja 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 hab ich auch da hab ich noch genug ähm was haben wir hier noch? ach ich wollte dran ich wünsche ich will dir zu und Baumharz und Zähne äh sag mal hast du auch diesen äh Metall Tin Tray? can you use to share items? ah das ist das Zeug zum... ah cool was denn? äh wenn du in dein Inventar gehst hast du doch über diesen äh Flair über die Leuchtgeschossen, gell? hm hast doch diese äh diese diesen ja diesen Alu Bottich also dieses Blech da gell? nein hast du nicht? nein äh warte mal probier mal was das aus äh wie hier haben wir davon ähm ah ok komm mal her ah äh ich probier jetzt mal was aus und mach das mal so und dann... dann nehme ich das so ok so und dann könntest du das theoretischerweise nehmen oder? ja cool aber ich hab das Alu Ding nicht über äh genau in der Mitte über über dein Tuch nein Metal Tin Tray hast du nicht? ok komisch überm Tuch? nein ich hab überm Tuch liegen meine Zähne ja ok Bluff und ja Flair so achso ich muss noch was saufen muss man das erst finden? ist es nicht auf jeden Fall war es bei mir drinnen äh ich guck mal zu Hasi haben wir hier Hasi drinnen? nö ich bin jetzt mal zu frech und lauf jetzt trotzdem noch mal kurz in die andere Richtung was wir das letzte Mal nicht hinbekommen haben ähm warte mal ähm eine Dose ähm ich will doch nicht trinken ich würde gerne mitkucken ja warte ich muss noch was trinken trinken und am besten noch was essen ähm ja nehmen wir mal noch eine Dose mit so und ach eine Dose trinken wir ach eine Dose trinken wir komm wir haut sich schon wieder die Flaschen durch die Gegend das ist sehr schön die brauche ich eh ich glaube wir sollten öfter einfach mal langsam laufen und nicht immer nur auf High Speed so da haben wir hier schon wieder alles eingesammelt um mal fix Medizin zu machen einfach nur mal so im vorbeihuschen das kann ein Teil von der neuen Hütte sein die wir in den Bergen gebaut haben linke Hand und nicht alles täuscht so weit und breit bis jetzt mal noch nichts Gott sei Dank naja mach dich nicht lustig über unsere Freunde ähm hier ist ein Höhleneingang okay hast du das Ding gesehen? nö warte soll ich da mal äh Stigma reinsetzen oh die sieht tief aus ja lass lass mal in hinten hin genau die sieht sehr einladend aus muss mal reingucken hui okay Stigma aber ja gib mal die Farbe rot warum fällst du den Baum? fahr ich nicht Pipa jetzt mach ich da runter pass auf wir machen weiß weil wir da noch eine Stunde waren so und was heißt gelb? wir haben reingepisst oder was? jo naja und Paul du die? willst du noch mal ein Ding mitnehmen? was? ne ich hab noch ich hab auch noch okay so wo willst du jetzt hin? was verwirrt wo sind die Häuser? sind die Häuser? so war mir das letzte mal wo ist das Haus eigentlich in den Bergen? das sehe ich gar nicht mehr ah da drüben Feder 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 da war ne Feder warte mal nicht so stressig in den Vögel Oh norsch ich hab das Feuerzeug schon wieder an jetzt fängt das schon wieder an Ich brauche immer noch einen Töpfe. Ja, wir brauchen alle Töpfe. Nicht nur du. So, ab und zu doch mal ein bisschen was einsam. Einmal mit dir, Blätter. Oh, und da ist mein Austausch mit dem Arsch. Ah, okay, da ist das Gebiet, okay. Wo wir schon mal waren. Da drüben ist die Höhle, da oben ist der Bär. Ich habe absolut keinen Dunst mehr, wo wir waren. Aber komm, da muss doch jetzt mal ein Topf sein. Die müssten doch den jetzt mal da reingepatcht haben. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber wir hatten echt Pech mit der Höhle, das sagt keiner so eine Weise. Generell, wir haben überhaupt kein richtiges Glück. Ach, da sind die wenigstens noch ein paar Koffer. Ach ja. Ah, die sind bestimmt auch so zurückgesetzt wie die Bäume. Find ich jetzt gerade auch sehr nice eigentlich. Achso, das macht ja noch nichts, ne? Ich weiß es nicht, was es jetzt macht. Ach nö, oder? Hinter uns hier, da wend ich wieder einer. Ich guck mal hier rein. Na, hier ist nochmal der Speer drin, ne? Was denn? Da oben. Auf den wäre ich jetzt auch mal umschalten. Oh, der ist Blut verschmiert. Oh, das geht mit dem. Trifft der mich hier drin, ne? Na klar, dass das wieder passiert, wenn wir gerade ein Folgenende hätten normalerweise. Jetzt schon? Hä, ja, sind schon wieder fast 20 Minuten. Haben wir noch gar nichts gemacht? Also, die massakrieren mich hier drin, ne? Oder versuchen es zumindest. Ich schnapp mir mal die Tussi. So. Der unten hier ist tot. Äh. Es ist jetzt neben mir gelandet, das Kommodil. Odo ist es auf mich gesprungen. Äh, das greift an, jetzt so. Äh, alter, schon gedacht, es tut. Aber es hat mir nichts getan. Ja, aber das ist jetzt nochmal was ganz Neues, dass die jetzt sich schon so extrem bewegen. Ja, dann gehen wir mal in so eine Hütte rein und machen wir einen Folgencut, oder? Ja, kann man, kann man machen. Also, liebe Leute, ihr seht, wir sind jetzt gerade mal hierhergelaufen. Es ist schon wieder sehr äcknisch. Und, ja. Ich würde sagen, schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein, wenn ihr sehen wollt, äh, wo mir jetzt hin gelang und ob wir endlich unseren Topf mal bekommen. Also, bis dahin, lasst mal ein Like da, teilt das Video ruhig. Und wir verabschieden uns, der Victim of Games, der Hanni und ich, der Ostman. Macht's gut, ciao. Ciao, Leute.